Hallo YouTube, willkommen zurück! Na Isa, nehmst du auch auf? Ja. Oha. Du musst dich benehmen heute. Mach das nicht, du hast Halsschmerzen. Ding dran. Nee, ich hab keine Halsschmerzen. Nee, du hast Schnupfen. Ja, Schnupfen. Ja, ein bisschen so in den Hals, als Hals hinten rein gezogen, ja, aber... Schmerzen würde ich jetzt nicht sagen. Hm, noch nicht, warte mal noch ab. Ne, mir gehts ja schon wieder besser. Das waren nur jetzt zwei Tage, wo ich sehr stark Schnupfen hatte. Okay, naja, gut, dann gehts so. Ich bin zum Glück nicht jemand, der in der Krippe oder erkältet ist, dass es immer so lange geht oder so schwer ist, weißt du? Wenn, dann ist es immer nur so kurz. Ja, Gott sei Dank. Ne? Ja, das kommt davon, weil mein Körper, ne? Gewohnt ist selbst, äh, ne? Selbst noch gut. Was zu tun und nicht alle paar Wochen sich eine Impfung holen muss. Früher hat man das noch alles alleine, ne? Wow. Ja. Gibt ja Menschen, die impfen sich ja wegen allem und sind trotzdem wegen allem krank. Ja. Ne, das mach ich ja nicht. Naja, kurz soll jeder selber wissen. Genau, und nimm dir die Taschenlampe mit, ne? Ja, hab ich. Aber was nehm ich noch? Sprachbox. Ne, Box? Ja. Ja, natürlich. Okay, guck mal. Meine geile Kopfbekleidung. Ach, wir sind ja im Kern. Weiß ja nicht, ob ich da oben bin. Weiß ja nicht, ob ich da oben bin. Ach, das ist ja scheiße mit Schnee, ne? Wie soll ich denn... Ja gut, der fällt ja schnell nach unten, das merkst du ja. Ja, aber da musst du ja genau gucken. Ja, mimi, 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 höre ich wieder nur. Hahaha. So, ich drohe mich an. Oh. Das ist wirklich ein bisschen... Das ist schön warm und trocken. Hm. Ja, ich geh auch ins Scheißhaus, da schneid's wenigstens nicht. Wie alt bist du? Bist du hier? Gib uns mal ein Zeichen. Das heißt, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. War doch. Ja, ja, ich hab geguckt, selbst in deinen Videos, ne? Hm. Fehlt bei dir manchmal so ein Stück, da hört man immer nur ein Zeichen. Hahaha. Ein Zeichen. Gib Zeichen. Gib Zeichen. Ich denk mir dann immer, hä? Halt mal. Halt mal, da war doch was. Wir können ja gleich mal gucken hier, ob... Irgendwas wurde wo geschmissen? 1,6 ist ja immer noch, ne? Im Scheißhaus. Ist das vielleicht, weil es schneit? Wow, jetzt mich verrascht. Na, weil wir ja auch draußen sind, wisst du, wie ich mein? Na, im Scheißhaus war immer noch so kühl. Irgendwas hat er geschmissen, das hab ich genau gehört. Aber wo? Football. Es war rechts von mir auf jeden Fall, wo ich hier stand. Ja, es war rechts von dir, wo du standst. Aber wo bist du denn, du Pflaume? Hä? Gib uns ein Zeichen. Hast du grad? Ich hab nix gemacht, gar nix. Dann muss er hier irgendwo sein. Ja, wo denn? Ja, hier beim blauen Zelt. Guck, guck. Achso. Jetzt weiß ich's. Guck mal, da hat's auch wieder, ne? Irgendwo hat er an... Oh. Okay. Nichts gesagt. Äh, war hier grade... Was denn? Ah, Minus. Wie, lass ich das Ding denn nochmal fallen? Achso. Minus von mir. Minus 2,8. Wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Ich guck nochmal richtig rein. Darf ich heute überleben? Was? Darf ich heute überleben, Death? Schön. Ich glaub, das heißt Nein, Derry. Mhm. Mhm. Fängt ja gut an mit dir. Oder ein Penis gemacht. Ein Penis? Ja, bei der Aktivität. Wohl, lass mal gucken. Die rechte Seite ist schon weg, aber ein Stück ist noch da. Hat einen kleinen. Oh ja, und wir haben auch klein. Kleine Sanity. Schmeißen wir die ab, oder? So, warte mal. Wir haben... Beweise... Gefriertemperatur und Box. Da kann man noch nichts weiter wegstreichen. Ich nehm mal Bücher mit. Wow, da hast du auch schnell geklickt. Hä, Dots? Dots müssen weg. Da passiert nichts mehr, wenn die wegstreichen. Okay, ja. Ja. Hast du mal verklickt, hä? Du musst es lernen, gut zu kontrollieren, ne? Denk an deine andere Arbeit. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ganz schwierig. Also wenn du da mal nicht guckst, ne? Du musst richtig gucken. Ist der Schmuckler weg. Ja, und es gibt auch... Es gibt auch... Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber... Es gibt auch zum Beispiel beim Geld oder so, oder bei anderen Sachen auch Stellen, wo nicht mit einer Schlange markiert sind. Und da ist was. Nur zu deinen Infos. Okay. Den richtig gucken, ja. Zum Beispiel unter den Sitzen, so am Rande oder so, da kann auch was dran sein. Ja, hab ich auch schon gesehen. Da hat er Zigaretten versteckt, der Schwein. Ja, oder ein Motor vorne, ne? Wo kein S ist oder so. Mhm. Da klemmt es zwischendrin. Da musst du aufpassen. Ja, das hat er mir ja gesagt, per Einweisung. Mhm. Und was ich auch schon gesehen habe, ich weiß nicht, ob du es weißt. Hast du den Herdkocher hier angemacht? Nö. Sind das jetzt Millen? Manche haben doch so'n... So'n... Was? Naja, aber ich hab... Der Herdkocher ist hier vorne. Ja, manche Autos haben da vorne so'n Gitter. Ja? Ja. Da musst du mal reingucken, manchmal ist da was drin. Warte mal. Warte mal. Ich mach jetzt mal... Warte mal. Warte mal. Ich mach jetzt mal... Hier das Zeug zu. Ich will jetzt wissen, ob wir die... So. Ja, Minustemperatur war ja vorne am Zelt, ne? Schreib ins Buch. So. Machen wir mal ein... Ja. Wohl. 1,4? Nee. Was läuft vor vier? Hm? Was? Bitte? Hä? Ich hör doch hier immer... Wo ist denn hier das Licht? Hinter dir. Wo? Ah. Fängt ja wieder gut an. So. Legt es mal hier hin und die lege ich mal hier hin, die strahlt davor. Hm. Nee, auch hast du ja keinen gesehen. Nee, nee. Ach so Dots brauchen wir ja nicht. Also Mimik müsste demnach raus sein. Theoretisch. 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 Nehmen wir noch einen Kruzifax hin. Ja. Denk sie her. Kruzifax. Und ein Salz. Hast du Sandra Kruzifax hingelegt? Hör auf zu blinken wie ein Hasebär. Äh. Ah, Zelteingang müsste es liegen. Ah, okay. Zelteingang. Wenn er drin startet? Na, das geht bis rein. Das geht rein. Ach so, das zählt. Ach so, das zählt. Okay. Ja. Okay. Hm. Dann lege ich das andere rein. Okay, also hier könnte man uns verstecken im gelben Zelt, ne? Ja, die. Oh, da ist schon wieder im Zelt gewesen. Mach mal kurz, wenn ich die Finger abdrücke, schnell. Hm. Da ist nichts. Im FSA nur auf zwei. Okay. Okay, der Knochen ist hier im blauen Zelt. Aber wo ist der verfluchte Gegenstand? Keine Ahnung. Sah das Licht aus mit? Aha. Hä? Oh, deine Sanity, komm mal rein. So schlimm, ja? Ja. Oha. Ach du Kasse. Bewegungssensor. Hast du die schon reingemacht? Nein. Dann nehm ich die. So. Er blinkt schon wieder. Nimm noch ein Buch mit. Mal ein Fotoapparat. Hä? Jetzt wirst du doof oder wat? Hat er nein gesagt? Könnte sein. Vielleicht kommt er und frisst dich. Der trampelt voll eben wie ne voller Schrocken. Jetzt lass doch mal das Ding zu, Mann. Warte mal, ich muss den mal kurz rein. Glaub nicht, dass der da drin ist? Obwohl, drin ist auch... Ja, fuhr, der ist drin und draußen. Drin ist auch kälte. Hä? Der hat überall Fußabdrücke gemacht. Also im Dingsbums. Also ist es schon mal kein Geist. Ja. Ist denn der verfluchte Gegenstand, ey? Keine Ahnung. Nimm ein Räucherstäbchen und such es mal, ja? Hm. Er ist old. Der lübt, weil er hat gesagt, er ist young. Hm? Okay. Hier ist er doch. Ja? Das Bret liegt hier auf dem Tisch. Ach, mein Stein. Nein, nein, hätte eine Hex guckt. Macht nichts. Ich darf das Brett entnehmen, wollen wir noch mal fotografieren? Süüüüd! Alles andere haben wir. Knochen hast du? Ich glaube, das ist EMF5. Das war keine Antwort, oder? Knochen habe ich ja. Ja, EMF5. Okay, wir können gehen. Wir haben die Zwillinge. Siehst du, da ist ja. Ja, die sind drin und draußen, deswegen. Ui. Zeig dich. Was brauchen wir noch? Brauchen wir überhaupt noch was? Äh, wer denn Geist während einer Jagd im Räucher steht? Ja, na genau. Nein, nee. Nee, nee, nee. Nee? Nee. Warum? Ich habe doch gerade Pillen genommen. Warum fällt bei mir die Sanity so schnell und bei dir nicht? Ja, anscheinend mag er dich. Also kannst du das mit dem Jagen da mal machen. Ja, bitte schön. Ja, geil. Ja, hinter dir ist ein Feuerzeug. Ja, gut, dann nimm es halt nicht. Sehe schon gebraucht. Nimm auch nochmal ein Räucherstäbchen. So. Ja. Nummer zwei. Ist halt die Frage, wie schnell die sind. Ich weiß es nicht. Die können auf jeden Fall unabhängig voneinander jagen. Heißt, wenn der eine fertig ist, kann der andere direkt wieder anfangen. Hä? Das sind die Zwillinge, ja. Wie, wie, wie? Na, ich verstecke mal schon mal eins hier hinten. Ähm. Du musst sie abwehren. Du musst sie nicht verstecken in dem Ding. Ja, ja, schon. Wenn der eine... Was willst du denn dann damit da hinten? Wir machen hier, fangen alle es, wir laufen hier rum. Das schaffst du nicht. Wenn jeder ein Räucherstäbchen hat. Das schaffst du nicht. Glaube ich nicht. Ich hätte eher gesagt, wir stellen uns so da bei denen da hin. Wenn er kommt, räuchere ich und dann verstecken wir uns hinter diesen Matten da. Weil wenn du hier rumläufst, das kannst du mit dem Deogen machen, ja. Aber mit den... Weiß nicht, ob das mit den normalen Geistern auch funktioniert. Nachher bleibe ich hängen, dann bin ich tot. Ich kenne mich. Du hast die... Dein Charakter hat ja nicht die Ausdauer. Dafür. Ja, aber guck mal, wenn der ganz da vorne ist, du kannst ja spielen. Der versucht ja immer die Richtung zu wechseln. Du darfst halt bloß nicht zu weit in seine Richtung. Ja, wenn der ganz da vorne ist, du kennst es doch. Nachher spawnt er hier. Das ist doch immer das gleiche. Du kannst nicht richtig... Also wir können es probieren, aber... Du kannst doch vorgehen und knutschen. Das wäre ja okay. Okay. Oma, ich komme. Huh. Oh. Mann, jetzt erschrecken wir schon vor dem blöden Licht, Alter. Du hast da einen Kruzifix hingelegt. Hattest du noch irgendwo ein anderes? Ja. Ein Stückchen weiter zu uns in Richtung zu mir. Ah. Okay. Naja, das ist ja zwei Rögerstäbchen. Probier's. Ich bin hier, wenn er kommt, dann... ...bitte ich eben den Pfarrer nicht. Hm. Ja, ich probier's, ja. Mehr kann ich eh nicht machen. Naja, aber wenn wir beide da vorne sind, dann... ...nö. Dann nee. Bin eh tot. Quatsch. Wie mach ich das nochmal an? Mit Rechtsklick, ne? Ja. Okay. Mit E hebst du auch. Mit E, ja. Das... Oh, das war echt gut. F. Wie bin ich denn auf F gekommen? Trafst du immer noch nicht? Vielleicht durch New World. Ich glaub, da hatten wir mit F doch aufgenommen. Ja, war das... War das New World? Kann sein, ja. Er spielt wie sowas. Also, wenn ihr eine coole Folge sehen wollt, schau bei Derricon rein. Was? Der hat gestern... Nix. Oh, es brennt, Derricon. Wo es brennt, wo? Hier. Also, es ist cruzifix, meint es. Es wunkelt. Jetzt hab ich's endlich auch mal gesehen. Hm. Es bleibt doch so glühend, ne? Ja, das ist wie beim Lagerfeuer und so, ne? Diese Funken. Hm? Der hat Strom ausgemacht. Ja, der hat jetzt Bock. Nö, jetzt hat er Bock. Oder beide haben Bock. Und das gleich bei mir, weißt du? Ich hab auch nicht, der sie... Na, komm. Na, dass ich's wieder nicht sehen, dann bin ich wieder tot. Das knackt recht. Er kommt. Das knackt. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, er ist weg, aber ich glaube, die jagt jetzt gleich nochmal. Derrie? Ja? Ich bin am Lagerfeuer. Zack geht's hier. Komm, lass uns abholen. Oho. Ja, wollte aber, ne? Direkt hinterhergeglarrant, der Arsch. Aber hat gezählt, siehst du? Ja, siehst du, ich war ganz tapfer da vorne gestanden. Was? Kam der überhaupt in deine Richtung? Ja, ich habe aber keine Chance gehabt. Ich habe immer so, achte auf die Beine weit. Wenn er nach links wollte, bin ich nach rechts. Dann ist er nach rechts, dann bin ich wieder nach links. Und dann ist er immer so... Den habe ich voll fertig gemacht. Den habe ich voll fertig gemacht. Okay, gut zu wissen. Warum ein Geist auch immer nicht einfach durch, geradeaus, ne? Weißt du? Das geht dann wahrscheinlich nur beim Gespenst. Aber der hat doch gar keinen Körper. So, habe ich das überhaupt eingetragen? Warte mal. Weiße Zwillinge, ja, habe ich. Ich habe doch nie gehört, dass ein Geist Probleme hat, durch eine Wand zu gehen. Oh, oh. Mikrofon muted. Was denn? Oh, ich habe gerade genießt. Genießt. Ja. Ah. Davor, dass sie angenähter ist. Wieso? Weil das nicht genießt heißt. Genossen. Ja. Das ist immer so blöd. Das hört sich so falsch an. Ja, meine Herren Genossen. Genau, deswegen sage ich das halt nicht. Ja, genau. Ja, okay, warte mal. Haben wir alles eingetragen? Zwillinge? Ja. Hm. Beweise? Fotos? Du hast ja gar keine Fotos gemacht. Ja, Fotos haben wir noch nicht so viele, ne? Wow. Ist das dein Ernst? Das sind halt nur so zwei, drei Stück, ja. Nicht? Es gibt ja aber kaum Kohle, ne? Ja. Ich gehe da mit Null Sanity nicht noch mal rein. Du bist ein Schisser. Ja, na genau. Stimmt gar nicht. So. Ist gelogen. Ja, und sowas lädst du bei YouTube dann hoch, ne? Ja, klar. Hm. Ich war voll tapfer da hinten mit Ober-Axt-Jockel. Von wegen. Du hast das Ding in die Fresse geschmissen und hast dich versteckt. Ja, und dann hat er gesagt, äh. Ja, natürlich. Das war ja voll ins Auge. Du hast 270 Dollar, das geht doch. Ja, natürlich. Besser wie Minus. Ne? Ja. So, tschüss YouTube. Tschüss YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao.